Dieser Wein heißt Torre del Conde de Hervias. Es befindet sich in Rioja Alta, im Herz von Rioja Alta. Es ist ein Familienbesitzer und was sie sehr speziell haben hier ist eine der ältesten Rebbergen in Rioja. Ein von ihren drei Rebbergen ist mehr als 100 jähriger alt. Es war vor 1899, wenn die Reblaus an Rioja gekommen ist, gepflanzt. Das ist sehr speziell und die Rebstöcke von diesem alten Rebberg sind die Basis für alle ihre anderen Rebbergen. Dieser Wein war von 100% Tempranillo Trauben gemacht. Das ist ganz selten, dass man diese findet in Rioja. Normalerweise rote Riojas sind eine Assemblage von Tempranillo mit anderen Trauben. Tempranillo gibt Geschmack von Erdbeeren und ein ganz frisches Gefühl in den Mund. Sie war auch für nur eine ganz kurze Zeit in Holzberichts gelagert. Nur zwölf Monaten von diesen Berichts. 80% waren französisch, 20% amerikanisch. Dieser Wein hat schöne Aromen von Tabak, von Vanille, von rote Frucht in den Mund. Der Wein ist wunderbar sanft, seidig, rund, voll, schöne rote Fruchte, sehr gute Balance mit wunderbarer Säure, Tanninen sehr, sehr seidig und ein langer, langer Ende, langer Schluss. Sehr schöner Wein, ganz modern im Stil, aber die meisten Leute müssen diese sehr, sehr lieben, ich glaube. Diesen schönen, runderen Rotwein würde ich am besten mit herzhaftigem Essen trinken, wie Eintopf oder harte oder milde Käse. 5 Stunden Deine 7 Stunden